Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Heute nur mit einer etwas kürzeren Aufnahme, weil letztes Mal ist mir nämlich fast die Festplatte vollgelaufen. Deshalb möchte ich, bevor wir mit der Hauptmissionen weitermachen, erstmal eine neue Festplatte holen. Und zum anderen, weil ich diese Woche von meinem FSJ her auf Seminar war und heute erst wiedergekommen bin und ich noch immer ein bisschen müh bin. Deshalb dachte ich mir, heute konzentrieren wir uns eher auf Nebenmissionen, die wir noch machen müssen. Ähm, aber noch nicht. Okay, wir müssen es wohl. Okay, dann machen wir das schnell. Commander Shepard, wir bekommen Informationen, die vielleicht kritisch für Ihre Mission gegen Saren. Welche Informationen? Wir bekommen eine Urge-Message von einem unserer Infiltration Regiments in der Traverse. Du sagst, Spies? Spiektors tend to attract attention, Commander, but they are only one arm of the Council. Special task groups are often a better option for monitoring developing situations. Wir haben jetzt mehrere Infiltration Units scattered throughout the border regions of Citadel's space. This particular unit was gathering intel on Saren. Was haben sie gefunden? Das sind Sie, wir haben nicht. Ich verstehe, das Begriff, was etwas mehr als Static. Die Infiltration Team muss in einer Situation, in der sie nicht mehr kontrollieren können, wo sie überhaupte Interstellar-reformen spielten. Aber das Begriff wurde, was auf ein Channel-Reserve für Mission-Kritical-Kommunikations. Was sie versuchen zu sagen, wir wissen, was wichtig. Mit Ihrer Interesse in Saren, wir hätten Sie wollen das mal investigieren. Findet ihr was mit unserer Team. Das Signal originate von der Planet Vermeherr. Ich schaue mich an. Der Kanzler möchte nicht, die spezifischen Aktivitäten in den Spektra-Aktivitäten zu sein. Wir wollen nur, dass wir alle Ihre Optionen bewusst sind, inkl. Vermeier. Glückwunsch, Commander Shepard. Wir halten Sie, wenn wir etwas anderes lernen. Aber in die kümmern wir uns heute mal nicht. Ähm, wobei, warte. Es ist hier eh nicht drauf, dann können wir wieder... Shepard? Das ist Admiral Hackett aus der Allianz-Kommand. Wir haben hier eine Situation und du bist der einzige, der es handeln kann. Was brauchst du, Admiral? Es ist eine Allianz-Trainings-Grunde, wo wir Weapons, Technologie und Live-Fire-Simulationen testen. Was die V.I.s, die wir benutzen, um die Taktik in den Drillen zu simulieren, ist, dass sie nicht mehr reagieren, um unsere Anführungen zu verabschieden. Es ist weg. Sie sagen, dass dieser Computer auf sich denkt? Wir sind nicht dumm, Shepard. Das ist eine Virtual Intelligenz, nicht eine reale A.I. Es ist nicht selbstbewusst. Und es kann nicht abstehen irgendwelche Systemen. Wir haben hier nichts illegal gemacht. Virtual Intelligenz-Support ist wichtig für unsere Militär-Success. V.I.s process thousands of Status-Reports, und reagieren in nanoseconds. Kein Mensch kann das tun. Wir brauchen Sie, um Ihr Weg durch die Training-Grunde der V.I. Korps. Und manuellen es zu verabschieden. Keine Angst, Admiral. Ich werde das Ding ausziehen. Ich weiß, Spectre hat die Anführung geantwortet, aber Sie sind noch ein Mensch. Sie sind noch ein Teil der Allianz-Militarie. Und jetzt, wir brauchen Sie. Die V.I. kontrolliert alle Fassilien, Webenen, Dronen und automatische Gefahren. Du bist der einzige, der das ausziehen kann, Shepard. Good luck. Ähm, dann einmal zum... Wo ist das Tagebuch? Ach, das kommt auch... Der ist auch wieder da. Da, 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 da. Letztere Übertragung. Da. Herrschildesystem im Kepler-Randsektor. Darf ich sagen, ich finde es gerade nicht gut, dass ich den Standard-Mauszeiger habe? Ah, jetzt verstehe ich. Doch, ich hätte noch auf Novaria gekonnt. Ich war ja schon da angedockt. Egal. Und zwar nehmen wir Geras und Tali. Aber warte, ne, nicht Tali. Wir nehmen... Aber wir nehmen Raxmed. Zu ruhig. Was? So. Ach, das Ding haben sie schon. Die haben sie nicht. Das war jetzt nicht mehr ein paar. Danke. Danke, dass ich mich von diesen Dingen schraubt. Kommandant, das ist er. Das ist Dr. Saleon. Was? Mein Name ist Hart. Dr. Hart. Bitte, rauskriege mich. Sicher? Sicher? Sicher, dass es ihm ist? Das ist ein Problem. Es gibt keine Erwartung dieser Zeit, Dr. Ich habe deine Organe erst einmal. Aber wir haben keine Zeit. Du bist verrückt. Er ist verrückt. Bitte, nicht ihn mir das machen. Geh ihn aus seiner Mühe, damit wir gehen können. Glücklich. Deine Zeit für die Verkaufung sind vorbei, Dr. Nein! Bitte, bitte! Ja, Sarin, du hast schon recht. Das war für mich auch mit einer der Gründe, wieso ich überlegt habe, einen Femchap zu spielen. Weil ich dann Gareth romancen könnte. Das ist einfach zu cool. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich möchte bitte zurück zur Normandy. Geht das? Oder muss ich erst zurückrennen? Der Auftrag hat leider aber nicht so viele Konsequenzen, finde ich. Aber ich finde, man sollte ihn trotzdem halt gemacht haben. So, dann fliegen wir noch mal kurz nach Novaria. Und ich hoffe, dass wir dann zu Gipfel 15 auch mit einem kleinen Shortcut kommen. Da wieder den ganzen Weg zu fahren. Wobei ich... Also, im Wiki steht ja, dass der Händler, den ich besuche, da ist. Aber Gipfel 15 ist halt... Das ist halt, ne? Wo... Wenn er jetzt ja als Basis war. Ich glaube, da war nicht viel mit... Zivilisten. So, ich gucke jetzt eigentlich... Entweder, wenn es natürlich einen kurzen Weg gibt, rüber zu Gipfel 15, okay. Aber sonst gucke ich halt nur bei dem eigentlichen Bereich, wo wir hinkommen. So, ich glaube, da war nicht so. Ah, wieso kann man nicht schneller rennen? Die Waffenscanner reagieren auch nicht mehr auf mich. Das ist schon mal sehr vorausschauend. Also, ich war hier schon, ne? Also, sorry, nicht wundern. Eine Mission habe ich schon gemacht. So, ich suche da nach nem... Na, natürlich zeigt die Karte einem nichts an. So, ich war hier schon. So, ich war hier schon. Ich war hier schon. So, ich war hier schon. Nö, also auf die Weise käme ich schon mal gar nicht mehr darüber. Also das muss eigentlich hier in dem Bereich sein. Ja, 2 ist auch mein Lieblingsteil von der Trilogie. Also 2 ist meiner Meinung nach wirklich der beste. Ich will zu diesem Elko-Händler, damit ich diese Waffenlizenz bekomme. Ich will die Panzerung haben. Ich warte mal jetzt noch nicht welche. Aber es ist eine der beiden Top-Rüstungen. Naja, so ein Elko fällt hier auf. Ich sehe auf jeden Fall irgendwo einen Grogana. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf der Bärie. Ich kann nicht lange sprechen. Diese Behandlung kostet 10 Kronen. Es ist wirklich Zeit, die Drillgröbs. Du denkst, es wäre cheap? Ich brauche etwas Informationen. Es gibt einen Problem hier, mit Synthetikinsiten. Okay, dann bringt das wohl nichts mehr. Leider kann ich nicht einfach so zurück. Ich muss jetzt den ganzen Weg wieder zurückrennen. Auf der City gibt es ja wenigstens Schnellreise, aber hier ist das leider nicht so. Nein, den suche ich nicht. Das ist ein HANA. Ja, also im Wiki ist ja der L-Core wirklich auf Gipfel 15, aber da komme ich ja offenbar nicht mehr hin. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass da groß was mit Zivilisten gewesen wäre. Aber auf der City gibt es die Lizenz ja auch. Wobei, ich weiß nicht, ob ich die brauche. Ich glaube, die brauche ich nur, wenn ich die von der Normandy aus dann bei dem Typen holen will. Na, ich fliege am Ende einfach zur City und dann schaue ich mal nach. Ich glaube, sie wäre auch eh zu teuer. Zumindest noch. Noch ein Grund, die Nebenquests erstmal zu machen. Da werde ich dann die ganzen XP und Credits und Sachen bekommen, die man für Credits verkaufen kann. Ähm, hallo? Ach so, okay, ja. Die Luftschäuze ist gar nicht dran, also muss ich hier rein. Der Creditsproblem hat man aber eigentlich nur am Anfang. Ich weiß nicht, wie viel es im Endeffekt immer bei mir war, aber bei BMI war es meiner Erfahrung nach so, spätestens nach einer Hauptmission hattest du so viel Müll, dass du bestimmt nach 100.000 oder ich glaube teilweise sogar eine Million wirklich rausbekommen hast. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, ich müsste aber trotzdem erstmal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Tagebuch. Ähm, Rex, Familienrüstung. Argos-Roh-Cluster. Ist ja nicht nur dezent groß. Aber wir werden es schon finden. Argos-Roh. Da. Oh, es gibt nur ein System. Ja, das ist doch schon mal gut. Meinst du die Ladebildschirme in Mass Effect 2? Weil die fand ich, also ich habe eine Mod, die die Ladebildschirme gegen so einen, so halt so ein Einzelbild austauscht, wo einfach nur Mass Effect steht. Und dann dauern die Ladezeiten auch nur ein bis zwei Sekunden. Das finde ich viel besser als diese Filmchen, die gezwungenermaßen eine halbe Minute dauern und einen voll aus dem Spielfluss nehmen. War es, ich weiß nicht, war es ein Raumschiff oder war es eine Basis? Ist zu lange her. Ah ja. Ja, ich bin schon froh, dass sie es mit, äh, dass sie Sacred Angel dann nicht als Heiliger Engel übersetzt haben. Was auch irgendwie doppelt ist. Thurianische Insignien. Ja, das meine ich eigentlich nicht. So, der andere Planet. Ich denke mal, der eine Planet hat einfach nur diesen... Das ist, glaube ich, ein... Das ist ein Gasriese. Moment. Doch, Argus Ruh ist ein bisschen größer. Ich werde jetzt Spaß haben. Was meinst du? Tuntau. Was ist denn hier? Nee, das... Auf jeden Fall nicht der Planet. Samarium. Was soll Samarium sein? Das ist ein Gasriese. Da gibt es nichts zu gucken. Kobalt. Wie geht's doof? Das ist echt nur die zwei Systeme? Äh, da muss ich wohl landen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der hier es nicht war. Trümmer. Trümmer. Verborgen ist ge... Ich habe das Verborgene ge... Doch, das könnte... Ich weiß es echt nicht mehr. Wie sagt mir das hier gerade gar nichts? Wobei... Ich bin mir nicht sicher, aber nicht, dass die... Location, wo wir hin müssen, zufalls generiert ist, zwischen so zwei, drei Orten. Das könnte sein. Na, wir sehen es ja jetzt. Irgendwas ist da drüben. Man kann das sicher mal angucken. Ja, ich bin mal gespannt, ob... Also... Doch, ich hoffe, dass der Marco... Auch mal... Der Marco war, glaube ich, nicht so beliebt in Mass Effect 1. Aber ich finde, da hätten die einfach... Ich denke... Ich denke, ihr...